So, die nächsten zwei Lieder, die wir jetzt schon spielen, die werden heute das erste Mal überhaupt aufgeführt, ja. Die letzten Änderungen sind vorher plötzlich bei uns so fünf Stunden durchgeführt worden. Ähm, darum, ja, irgendwie, von dir wird es nicht, wenn du da bist, wenn du da bist, wenn du da bist. Ich hoffe, dass es passt, aber mir passt das natürlich nicht. Ja, und wegen der Zeit, in der jetzt noch jemand scheiße wird, haben die Leute wiederholfen, richtig gefangen. Ja, was auch nächstes wird, das heißt jetzt, TWIST OF FATE. Ja, aber, ich glaube, das ist viel für sie. Ja, ich glaube, das ist viel für sie. Also, möchte ich schon mal. Also, bei der Gelegenheit, Christoph Mahrer und Keyword und Sampling. Das ist jetzt für uns ein Anleitung. Also. Also. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.